Heute gehe ich endlich in den neuen Eberhofer-Film. 16 Uhr, jawohl, ich bin pünktlich. Hä? Was ist da? Kein Einlass? Was soll denn das? Ist doch schon nach 16 Uhr. Hallo? Was geht denn hier? Unfassbar, dann warte ich halt. Ja, wie lange denn noch? Wie lange dauert das? Ich gehe einfach mal rein. Und was geht hier so ab? Oh, yeah. Ganz allein. Ich gehe einfach mal rein.